Es geht durch die Welt ein Geflüster. Arbeiter, hörst du es nicht? Das sind die Stimmen der Kriegsminister. Arbeiter, hörst du sie nicht? Es flüstern die Kohle- und Stahlproduzenten. Es flüstert die chemische Kriegsproduktion. Es flüstert von allen Kontinenten. Propilmachung gegen die Sowjetunion. Arbeiter, hörst du sie nicht? Es flüstert die Gewehre, es flüstert die Gewehre zur Hand. Es flüstert die fascistische Vorhäuser-Barrieren, setzt meine Herzen in Kraft. Das neue Roter, wandern wir allein auf die Gedanken, auf jede Fabrik. Dann steigt aus den Trümmern der alten Gesellschaft die sozialistische Weltrepublik. Dann steigt aus den Trümmern der alten Gesellschaft die sozialistische Weltrepublik. Arbeiter horchst, sie ziehen ins Feld und schreien für Nation und Rasse. Das ist der Krieg der Herrscher der Welt gegen die Arbeiterklasse. Denn der Angriff gegen die Sowjetunion ist der Stoß ins Herz der Revolution. Und der Krieg, der jetzt durch die Länder geht, ist der Krieg gegen dich. Rullet! Arbeiter, Bauern, nehmt die Gewehre, nehmt die Gewehre zur Hand. Sünder, die Faschistischen Vorhäuser-Barrieren, setzt alle Herzen in Kraft. Ganz neue Roten, andere Jungen, auf die Gedanken, auf die Verstieg. Dann steigt aus den Trümmern der alten Gesellschaft die sozialistische Weltrepublik. Dann steigt aus den Trümmern der alten Gesellschaft die sozialistische Weltrepublik.